Das ist heute schon etwas ganz Besonderes, weil man gesehen hat, wie viele Leute dabei sind und die begeistert waren bei dieser Eröffnung und wir sind schon ein Land der weltmeisterschaftlichen Gastfreundschaft. Das nordische Skiweben ist wirklich ein Schaufenster für das Sportland Tirol, aber was besonders wichtig ist, dass wir wirklich auch unsere Sportlerinnen und Sportler begeistern für den nordischen Skisport. Es ist eine super Gegend, super Landschaft, es ist alles geblieben, neu ist halt natürlich wie man den Event aufstellt, das Land hat da sehr viel mitgeholfen und die Gemeinde Seefeld, ich glaube wir sind gut vorbereitet. Das ist wahrscheinlich der nachhaltigste Effekt von dieser nordischen Ski-WM, die ganz bestimmt ein tolles Sportfest wird, aber der Neubau, der Umbau vom Bahnhof Seefeld, den wir jetzt vorgezogen haben, wo wir einen schönen Busbahnhof dazu gebaut haben, auch die ganze Straßenführung da im Zentrum von Seefeld ist jetzt so wesentlich besser geworden für die Seefelderinnen und Seefelder. Das bleibt ihnen auch, wenn die WM auch wieder vorbei ist und so mag ich die großen Sport-Events besonders gern, wenn sie so einen schönen Fußabdruck hinterlassen. Es wird eine unglaublich schöne Weltmeisterschaft mit vielen Fans, tollem Wetter und eine traumhafte Kulisse. Ja, super, passt das gut, wenn Sie Seefelder sind. Ich bin immer gern da und soll der Wahnsinn sagen, wie das den letzten Tag da präsentiert hat. Und diese Nachhaltigkeit war mir ganz wichtig, wie wir das Gesamte geplant haben, dass es einen Nutzen hat, die gesamte Angelegenheit, nicht nur diese 10 Tage während der nordischen Ski-Weltmeisterschaft, sondern dass Jahrzehnte danach auch der Nutzen gegeben ist für Seefeld und für unser Land Tirol. Also tolle Umgelegenheit, ich freue mich auf die nächsten Tage, es wird großartig werden.